Bist du auch schon einmal auf eine Lücke gestoßen, wo noch vor ein paar Stunden dein geliebtes E-Bike stand? Erstmal kommt der Schock, dann die Vermutung und dann musst du sofort handeln. Wenn dein Rad oder E-Bike gestohlen wird, dann ist eines entscheidend. Einen kühlen Kopf zu bewahren und aktiv werden. Nur so hast du Chancen, dein Rad zurückzubekommen. Pryunity ist Experte in Sachen E-Bike-Sicherheit. Ich bin Matthias von Pryunity und verrate dir in dieser Folge Schritt für Schritt, was du nach einem Fahrraddiebstahl tun solltest und wie du es noch retten kannst. Außerdem gibt es von mir noch ein paar Tipps, wie du ein E-Bike vor einem Diebstahl schützt und ein gestohlenes E-Bike wiederbekommst. Bis zum nächsten Mal. Wenn dich das interessiert, dann bist du auf diesem Kanal ganz genau richtig. Abonniere den Pauunity-Kanal mit einem Klick auf Subscribe und werde Teil unserer Powerful Community. Und jetzt holen wir dein Rad zurück. Was ist also zu tun? Schritt 1. Diebstahl der Polizei melden. Das allererste, was du tun solltest, ist, den Diebstahl der Polizei zu melden. In manchen Städten funktioniert das online. Sonst startest du der nächsten Polizeistation einfach einen Besuch ab oder rufst die 110 an. Noch einfacher geht es mit der App unseres GPS-Trackers Biketracks. Hier kannst du eine Diebstahlmeldung verfassen und sie direkt an die Polizei übermitteln. In jedem Fall braucht die Polizei folgende Dokumente. Deinen Personalausweis, den Kaufvertrag bzw. die Rechnung für das gestohlene Fahrrad und einen Fahrradpass. Außerdem benötigt die Polizei Informationen zu deinem Fahrrad, damit sie es identifizieren kann. Vor allem braucht sie Marke und Modell, Rahmengröße und Rahmennummer, Farbe, falls vorhanden eine Kodierung, den Wert, die Versicherung und das verwendete Fahrradschloss. Je genauer du dein Rad beschreiben kannst, desto höher sind die Chancen, dass die Polizei es findet. Wissen solltest du allerdings, geklaute Fahrräder bzw. E-Bikes, die nicht mit einem GPS-Tracker ausgestattet sind, werden selten von der Polizei sichergestellt. Am besten nimmst du noch Kontakt mit dem zuständigen Fundbüro auf. Lass dir bescheinigen, dass dein Fahrrad dort nicht abgegeben wurde. Schritt 2. Diebstahl der Versicherung melden Polizei und Fundbüro sind abgehakt? Dann ist die nächste Anlaufstelle deine Fahrradversicherung, sofern du eine hast. Auch die Versicherung braucht einige Dokumente und Informationen. Meistens gehören die folgenden dazu. Kaufbeleg für das Fahrrad oder ein anderer Eigentumsnachweis? Beleg für deine Anzeige bei der Polizei, zum Beispiel ein Aktenzeichen? Bescheinigung des nächsten Fundbüros, dass dein Fahrrad dort nicht abgegeben wurde. Dein Fahrradpass? Informationen zum Diebstahlort und zum Diebstahlzeitpunkt? Und vielleicht wirst du noch aufgefordert, den Kaufbeleg für dein Fahrradschloss vorzuzeigen. Denn Versicherungen zahlen in der Regel nur dann, wenn dein Fahrrad auch wirklich abgeschlossen war. Schritt 3. Selbst nach dem Fahrrad suchen Nicht jedes Fahrrad wird aus Böswilligkeit geklaut. Wenn es schlecht oder gar nicht gesichert war, hat es vielleicht auch einfach ein Betrunkener entführt, um damit schneller nach Hause zu kommen. Mit etwas Glück findest du es dann ein paar Ecken weiter im Gebüsch. Wenn nicht, kannst du im Internet recherchieren. Einige Seiten haben sich auf das Registrieren von Fahrrädern und die Suche mittels Seriennummern spezialisiert. Zunächst und zusätzlich lohnt sich ein Blick auf Ebay und andere Gebrauchtwarenportale. Oft tauchen gestohlene Fahrräder hier auf. Am liebsten willst du dir aber den ganzen Aufwand sparen und verhindern, dass dein Fahrrad überhaupt gestohlen wird? Dann brauchst du den richtigen Diebstahlschutz. Die wichtigste Maßnahme vor einem Diebstahl. Ein Diebstahlschutz, mit dem du teure E-Bikes schützen kannst, besteht aus drei Bestandteilen. Einem hochwertigen Schloss, am besten einem guten Bügelschloss. Eine Alarmanlage, entweder separat oder in das Schloss integriert. Und einem GPS-Tracker. Der GPS-Tracker BikeTracks hat den Vorteil, dass er dich nicht nur sofort über die zugehörige App informiert, wenn sich jemand an deinem Rad zu schaffen macht. Mit ihm kannst du ein gestohlenes E-Bike in Echtzeit tracken und den Standort direkt über die App an die Polizei weitergeben. So hast du beste Chancen, es zurückzubekommen. Außerdem kannst du gleich alle wichtigen Daten zu deinem Bike in dem integrierten Fahrradpass an die Polizei schicken. Klingt gut? Wir haben sogar ein Beispiel, wie gut das funktioniert. Patrick aus Tübingen wurde sein E-Bike aus der eigenen Garage gestohlen. In seiner Geschichte erlebt er wirklich alles. Zuerst jagt er die Diebe selbst mit Hilfe des GPS-Trackers und lässt die Diebe dann mit der Polizei ordentlich auflaufen. Schaut euch hier alles selbst an. Du willst noch mehr Tipps rund um E-Bike-Sicherheit erhalten? Dann schau auf unserer Themenseite PAU-Unity erklärt vorbei. Hier gibt es jede Woche das Wissen, das du brauchst, um dein E-Bike vor Diebstahl zu schützen. Den Link dazu findest du hier unten in der Videobeschreibung. Du informierst dich lieber auf YouTube? Dann abonnier mit einem Klick auf diesen Button unseren Kanal und schau dir alle PAU-Unity erklärt Artikel ganz einfach als Video an.